Das Traumpaar schlechthin der deutschen TV-Landschaft Annemarie und Wayne Carpendale verbringt gerade ihren gemeinsamen Urlaub auf Ibiza. Grund genug für die beiden, ihre Fans per Social Media daran ausgiebig teilhaben zu lassen. Vor allem Annemarie ist bekannt dafür, auf ihrem Instagram-Post viel nackte Haut zu zeigen. Erst kürzlich präsentiert sie ihre knackige Care-Seite in einem String-Badeanzug. Knapp 17.000 Mal wird das Foto geliked, also knapp 10.000 Mal mehr als die restlichen ihrer Fotos. Da kommt ihr Ehemann mit seinen Selfies nicht so wirklich hinterher. Bis jetzt. Denn nun will auch Wayne sehen, wie er mit demselben Badeanzug seiner Ehefrau ankommt. Muss mal testen, ob ich in dem Teil genauso viele Likes kriege wie meine Frau. Likes hin oder her. Sein knackiger Po kann sich wirklich sehen lassen, finden seine Fans fast einstimmig. Du kannst aber auch alles tragen. Steht euch beiden ausgezeichnet. Ich hoffe, ihr habt auch zwei gekauft. Besserer Hintern als bei manch einer Frau. Knackarsch. Tatsächlich schlägt sein Foto ein wie eine Bombe. Mit fast 5.000 Likes generiert er knapp dreimal so viele Gefällt mir wie sonst. Gegen Annemarie muss er sich allerdings geschlagen geben, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Humor hat Wayne mit dem Foto nämlich ohnehin bewiesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.